Ich bin Schmidt Wolfgang, Geschäftsführer von Personal Gardener Gartendesign in Regau. Wir machen Gartengestaltung, Gartenplanung und Gartenpflege. Bei uns im Schaugarten ist der Titel Zuhause im Garten. Angelehnt an natürlichen Gestaltung gibt es bei uns einen Schwimmteich und mehrere Plätze zum Verweilen für Jung und Alt. Und besucht es uns auf unseren Schaugarten in Blünten, Österreich beim Personal Gardener. Erleben auch Sie den Zauber neuer Schaugärten von 31. März bis 2. April in der Messe Wels.